ja und das sind wir wieder zurück moin moin und herzlich willkommen zurück jetzt die letzte Tränen in das Verröse Tränen gefunden dies hat deine Seele Reiferlass gemacht Darkin doch noch dies ist die Prüfung nicht vorbei wird begib dich vorsichtig zum Ausgaben um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten Ausgaben I hate you auf jeden fall da hoch und dann an diesem Geist vorbeischummeln da ist der Ausgang jetzt gucke ich mal ob ich den räumen kann ja könnte ich bringt mir zwar jetzt nichts mehr aber egal ich habe es gemacht zum Ausgang schnell okay danke du hast die Wasserdrachenschuppe erhalten eines der drei Schätze der Göttin ermöglicht diese tauchen und die Wasserschraube auszuführen oh ich kann tauchen Gott sei Dank endlich tauchen wir können den Schatz in Wolkenord endlich holen mein Glückwunsch Gebieter Gebieter du hast die Prüfung bestanden dein Schwert hat jetzt die Kraft die nötig ist um die heilige Flamme zu finden diese Wasserdrachenschuppe ist einer der Schätze der Göttin durch die Kraft des Wasserdrachens kannst du dich nun vor allem Wasser bewegen die Flamme muss hier im Wald sein Gebiete ich vermute dass sie sich an einem Ort befindet den wir noch nicht entdeckt entdeckt haben und ich weiß wo er ist aber wer ist mit dir ist das etwa eine Schuppe von Wasserdrachen damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen es gibt hier im Wald Orte an denen du noch nicht gewesen bist warum musst du nicht die Kraft einer Schuppe und suchst sie das hätte ich mir selbst denken können und wir können sie hier nutzen schwimmen was der hell wie kann ich die wow nein ich will den Bärenstein Halbmond geht mir dem Bärenstein Halbmond Kamera little bit sucks gib ihm mir los gib mir den Halbmond danke au und da waren wir noch nicht aber wir können ordentlich lange die Luft anhalten da ist eine Luft Blase oh die Wasserschraube ist epic ja da waren wir noch nicht sieht aus wie der Schrei jetzt oh ja das ist er im großen Baum okay ne die kann ich nicht what the hell das schwimmt suckt a little bit aber jetzt erstmal hier gucken umsehen ich denke wir können uns mit Hilfe unseres hoh Unterwassergras mähen ich denke wir können uns mit Hilfe unseres büste dichs fortbewegen ja wow komm her und hier hoch danke genau da wollte ich hoch um zu gucken hier haben wir nix aber da müssen wir rüberkommen denn der Unhold ist mir einfach zu unholdig und ich würde gern wissen was es hier so alles gibt so viele Monster Clown das freut mich hier gehts wieder back hmm what the hell geh weg wow äh ganz ehrlich wo ist meine Schleuder wo ist meine Schleuder 50 Deko Kerne boom 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 nicht boom 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 hab ich gesagt so so hübs 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 und nochmal jetzt sollte es ausreichend sein so ich hasse es es gibt wahrscheinlich noch eine bessere möglichkeit und ich bin einfach zu blödes zu wissen nochmal nochmal boom 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 ne so passt es jetzt müssen wir dich da oben töten da habe ich jetzt eine bessere Idee wie ich dich plätte und zwar indem ich dich nicht wie mit der Sprungattacke ohne sondern sondern so so plätte dazu einfach warten oh natürlich triffst du mich kannst du mich treffen komm her mach anders und noch mal willst du noch mal dann eben noch mal einmal so auf die fresse kackbuhn so gläber höchstwahrscheinlich ist dann ein herzteil drin würde ich mal ganz schwer behaupten dass wir sofort gleich noch mal ein item finden oh oder eine goldene bühne von 300 das nehmen wir natürlich auch gerne mit und jetzt gucken wir mal da unten gucken wir mal von hier ne der wäre doof wenn wir da drauf springen da wäre ich doof rein theoretisch ist es besser wenn wir auf versuchen auf den hier zu kommen was wir natürlich nicht schaffen also müssen wir wohl oder übel ja sagen wir lieber wohl hier hoch und wieder mit unseren schönen püsterich einmal so und so und hepp und nochmal so und so und höpps und schon sind wir draußen was uns eventuell zu der flamme bringt oha wo sind wir hier aha können wir da runter dass wir aber noch